Das sage ich wirklich mit Stolz, eine wahre Legende eingeflogen und das ist auch nicht übertrieben in diesem Fall. Bei mir steht hier gerade in Frankfurt die Marusha und die hat gar keine grünen Augenbrauen mehr inzwischen. Das ist richtig. Es war eine Zeit nach zwölf Jahren grüne Augenbrauen, die ich sehr geliebt und sehr gefeiert habe, sehr derbe gefeiert habe, einfach auch mal das wieder dann normal wachsen zu lassen. Und das war für mich aber so ein total normaler Move. Wolltest du dann irgendwie langsam weg von diesem Marusha-Image, was dann so ganz krass gefeiert wurde ein Jahr lang? Ist dir das irgendwann auf den Keks gegangen? Also erstmal wollte ich nie von irgendeinem Marusha-Image weg, weil ich bin Marusha, es ist meine Geschichte. Alles, was es gegeben hat in den letzten zwölf bis 15 Jahren von mir, war echt. Es ist total krass, weil ich habe einfach sehr klein angefangen und durch Somewhere Over the Rainbow, das war meine vierte Single, die ich produziert hatte, bin ich natürlich durch diesen großen Verkauf dieser Single sehr in Deutschland bekannt geworden. Oder Menschen, die Freunde oder Bekannte waren oder was auch immer, die man getroffen hat, die haben sich dann kulminiert und haben dann gedacht, sie müssen jetzt so eine selbsternannte Szenerie darstellen, die jetzt das große, Bekannte, Erfolgreiche bekämpfen müssen. Und das hat mich natürlich schon sehr bestürzt und auch in so gewisse Psychofilme geschickt, weil ich das nicht verstehen konnte, also was ist passiert. In der Zeit, wo du einfach Mitte 20 bist, haut das halt richtig rein, weil du bist noch nicht wirklich fertig mit dir, bist am Erforschen deiner persönlichen Stärke und auch Schwäche. Was war denn so ein wirklich schlimmes Erlebnis, wo die Leute dich dann geschasst haben? Es gab so eine krasse Story, die man nennen kann. Ich habe ein Video mal gedreht mit Guy Ritchie, dem Ehemann von Madonna, auf Raven Cruise. Das war so ein Kreuzschiff, wo nur Clubber und Raver waren. Und da war das eben so, dass ich wirklich die 300 Leute, nicht alle 300, aber sagen wir mal so, das Gros der Allercoolsten, sage ich mal, sich so gegen mich gestellt haben, gelästert haben. Es war schon so, dass ich sehr traurig drüber war über die Entwicklung. Also auch so im Nachhinein Menschen, mit denen ich groß geworden bin. Ich habe die nicht nachvollziehen können, ich konnte es nicht nachvollziehen. Love Parade machst du ja lange nicht mehr. Aber jetzt, was ich wirklich interessant fand, nennt ihr das Death Parade? Oder was ist das? Nee, es gibt jemanden, der gehörlos ist oder sehr, sehr schwerhörig und praktisch einen gehörlosen Ausweis hat und Partys organisiert. Ist das für Taubstummen, die hören das dann hauptsächlich über die Bässe, also die fühlen das dann? Oder wie ist das? Also erstmal lege ich für die auf, weil ich die Idee total geil finde. Für mich ist das wie ein normaler Arm, weil die Musik ist genauso laut wie in jedem anderen Club. Und es gibt die massivsten, derbsten Bassboxen des Abends wahrscheinlich in diesem Club. Und die haben Lichteffekte, die orientieren sich an Lichteffekten und an dem Bass. Und die haben dann spezielle Tanzflächen, darüber überträgt sich das durch Vibrationen auf ihre Körper. Und ich werde da auflegen für die. Macht dir das eigentlich noch so richtig Spaß? Auf jeden Fall, Mann. There is always some questions and the answer is rough. There's always some reasons to feel not good enough. There is always some situations and people and stuff. Das war's. 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 I know. Das war's. 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 Super DJ. Super DJ. Super DJ. DJ. Das war's. 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 Das war's.